so um meinen service oder den öl service beides identisch einmal zurücksetzen zu können starte ich die zündung dann switche ich einmal hier am lenkrad nach rechts weiter geht auch nach links rum zu den fahrzeugeinstellungen so jetzt das ist mein fahrzeugstatus ich habe den service soeben durchgeführt das heißt weiter hier unter den einstellungen gehe ich ganz nach unten und habe da den punkt service dann einmal auf ok dann gehe ich hier auf reset wieder ok so service wirklich zurücksetzen auf ok service wird zurück gesetzt jetzt kann ich noch mal auf info gehen und sehe der service wurde für 15.000 oder 372 tage zurückgesetzt das heißt über dieses menü kann ich das ganze nur 15.000 kilometer zurücksetzen nicht 30.000 wenn ich das ganze wirklich 30.000 zurückgesetzt haben möchte muss das leider über ein tester geschehen aber so habt ihr auf jeden fall 15.000 zurückgesetzt entweder ihr setzt das ganze nach 15.000 einfach nochmal zurück denn 30.000 ist ja erlaubt oder ihr macht den wechseln ja nach 15.000 einmal erneut ja das war's ja an dieser stelle möchte ich mich verabschieden ich hoffe dieses video hat euch geholfen dass ihr damit weiter kommt wenn es so ist würde ich mich über ein abo freuen ansonsten viel spaß groß schaffen und bis zum nächsten mal ciao